Kärnten läuft Halbmarathon, es war dein erster. Wie ist es dir denn ergangen? Supergut. Ich habe gedacht, dass ich zwei Stunden und fast zwei Stunden schaffe und für das erste Mal bin ich zufrieden. Was hat dir am besten gefallen? Dass ich Peter Kaiser überholt habe. Nein, das Wetter ist optimal gewesen heute und es war schon sehr lässig. Wie war der Zieleinlauf? War ein Highlight, ja. Kommst du wieder? Komm wieder.